Ja, okay. Na, dann mal gucken, ob ich jetzt hier irgendwie eine Aufgabe brauche. Meine Böse hat dann aber noch. Was ist denn das hier für eine? Ich muss hier eine Karte irgendwie reinfügen. Halt. Gap. Und nun? Was ist das hier? Reaktor? Reaktor kann ich... Ich kriege das hier auch nicht mehr hin. Point East. Hopp. Ach, ich mach hier, glaub ich, immer vorbei oder irgendwas, ne? Warte mal, wie, 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 wie? Peace inside card. Ist aber echt... Ah, vielleicht so? Ich habe die Karte jetzt hier. Und... Was muss ich denn jetzt hier machen? Ich halte... Ich brauche Leute, die mir erklären, wie ich das mache. Also wahrscheinlich, vielleicht machen wir doch ein Discord-Chat, wo ihr mir erklärt, wie man das macht. Ich war jetzt hier bei den Kartenleser und habe versucht, die Karte da reinzubringen, aber ich habe es irgendwie nicht gebacken bekommen. Was muss man denn bei den Kartenleser machen? Also ich konnte immer nur mit der linken Maustaste das halten, die rechte, da stand auch irgendwas, was ich tun kann, aber ich weiß nicht, was ich damit tun kann. Du bist irgendwie abgebrochen, kann das sein, dass wenn ich Always Push-to-to-Talk habe, dass das irgendwie Probleme ist, euch zu hören oder so? Warte mal, ich mache mal jedes andere wieder. Togel mache ich mal. Vielleicht geht das besser. So. So. Also, was muss ich jetzt bei diesen Kartenlesern machen? Kartenleser? Man muss... Kartenleser? Ja. Also, ich habe dich jetzt nicht verstanden. Ich habe nur ein bisschen was verstanden und dann nicht mehr, oder so. Ähm. Ich glaube, Sen hat also der Mikrofon das kaputt gegangen. Ähm. Remind, du hörst uns noch? Ich glaube, mein Mikrofon ist kaputt gegangen. Versuch mal. Dann ist es stark. Oder er hat auch Push-to-Talk. Ja. Na gut. Okay. Wir wissen ja, er ist der Mörder. War er ja eben auch. Also, insofern wählen wir jetzt alle ihn. Kann er auch sich ein neues Mikro kaufen. Finde ich, ne? Ähm. Befehlen. So. Ah. So. Ey. Ich finde, das geht ein bisschen zu schnell. Ich will erst geparken. Sagen wir wählen den. Ich bin... Was? Ich will... Ich will skippen. Ich will... Nein. Also, ich will... Ich bin mir noch nicht sicher. Wobei, jetzt ist ja noch keiner gestorben, oder? Deutsche Mieter. Ähm. Na gut. Habt ihr doch mal alle Glück gehabt. Okay. Probieren wir mal eine andere Aufgabe. Vielleicht kriegen wir ja immer irgendwas gepacken hier, ne? Ähm. Wo dahinten hin? Clear Asteroid. Okay. Ähm. Dann gucken wir mal den Asteroiden... Also, ein Spiel gefällt mir schon, oder so. Okay. Ah, ich kann hier Asteroiden abschließen. Ja. Ich schieße hier Asteroiden ab. Na? Äh. 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 Ja. Treffer. Äh. Ne. Treffer. Ja. Ich bin sicher. Sehr, sehr gut. Hier weg. Boah. Also, jetzt hab ich so ne Leiche... Okay. Das sagst du, du hast sie doch grad eben umgebracht. Doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Du siehst vor meinen Augen. Das... Das... Also, vielleicht sage ich das auch. Es kann durchaus sein, dass ich das war, weil ich hab hier eben auf Asteroiden geschossen und da hab ich wahrscheinlich ihn aus Versehen getroffen, denk ich mal. Ja. Also, ich vermute mal, ich war das. Oder, oder, oder... Der Pinguin. Pinguin. Pinguin, das ist doch nicht... Pinguin, das ist doch nicht... Pinguin, das ist doch nicht... Nein, 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 nein. Der Mann hat vor meinen Augen den... Das Kind schockiert. Ich hab rein gar nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Alles ist so... Wie macht man eigentlich solche Bewegungen, die du da machst? Ich hab ne VR-Brille. Auf dem Desktop geht es leider nicht. Ach so, okay. Okay. Mit ne VR-Brille spielst du... Ich hatte hier noch mal interessant. Ähm, ja. Okay. Ähm, aber... Ähm, die Erfahrung zeigt, jeder der sagt, ich bin unschuldig, ist schuldig. Also, insofern, ich wollte dich ja eben schon wählen, hab dich auch schon gewählt und bleib jetzt bei meiner Wahl dann halt. Also, so. 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 Du bist es bestimmt. Genau. Ja. So seh ich das. Und jetzt ist es der Pimod. Hast du jetzt gewonnen? Nein. Jawoll. Jawoll. Du bist zweimal hintereinander der Mörder. Ich hab gewonnen. Na sowas aber auch. Und ich war gerade bei der Astroiden-Task, hab die zwar jetzt noch nicht geschafft, aber ich hätte sie tendenziell schaffen können. Also insofern... Naja. Okay. Aber das Spiel macht mir Spaß. Ich glaube sogar mehr Spaß als das eigentliche Among Us. Ja, dann gucken wir mal jetzt. Also, viel gute Energie. Aber der geht echt sehr, sehr lang zu mir, ne? Der geht echt sehr lang zu mir. Ähm... Was ist denn das hier? Ah, ich muss hier irgendwie... Ah, das kann ich. Das kann ich. Blupf. Und... Und wo muss ich das jetzt hinbringen? Ich glaube, ich muss das auftanken und irgendwo hinbringen, ne? Wo muss denn das jetzt hin? Da hinten? Wo ist denn das jetzt hier? Hallo? Ist das jetzt hier Flügelenergie? Wo muss denn das jetzt hin? Flügelenergie. Wo muss ich den jetzt hinbringen? Also das erfährt man nicht mal. Flügelenergie. Wo muss denn jetzt hier das hingebracht werden? Muss das hier hin? Nee. Ah, aber hier kann man... Keine Ahnung. Muss ich nicht rappen? Wo ist denn jetzt hier Flügelenergie? Du schon wieder? Was machst du denn hier? Du bist doch bestimmt... Der ist der Mörder. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß... Ich weiß auch. Nein! Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ah, hier sind die Kameras. Boah, ich habe jetzt eine Leiche gefunden. Wen hast du gefunden? Also, das ist ja völlig okay, weil der hat uns eben immer umgebracht. Wer war das jetzt, der das gefunden hat? Der jetzt hier so gelb ist, der Penguin? Oder wer war das? Naja, ich habe den gefunden. Und warum ist der Penguin gelb und der andere weiß? Also bei mir die Schrift da drüber? Ist das mit einer Wartafel? Achso, gelben Namen sind, wenn man da befreundet ist. Ich muss der auch mal eine Freundesanfrage schicken. Das hat nichts passiert. Also, du hast den gefunden und der Penguin nicht, dann würde ich ja sagen, dass der Penguin es ist. Aber ich habe ihn ja gefunden. Achso, der Penguin hat er ihn doch gefunden. Ja. Sagen, dass der junge Mann hier ein Mörder ist. Ja, in der Tat bin ich ihm ja auch nachgelaufen, weil ich auch dachte, er wäre der Mörder dann halt. Also, ja. Na gut, okay. Dann lau ich mal den Penguin. Und ähm... Nehmen mal. Äh... Außer Mörder und ähm... Also es gibt jetzt nicht irgendwie Engineer oder sowas. Das gibt es jetzt hier nicht allein. Nein, nein. Das gibt es nicht. Wäre auch ganz nett, aber... Und? Bist es gewesen? Jaja! Jawoll! Ja, so geht das. Na gut. Ja, dann... Also, so langsam kriege ich die Tasse auch besser hin. Bis auf die Karten. Die werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Ja, ja, die Karten sind fast unmöglich. Also, da weiß ich nicht, wie man sie schafft. Habt ihr denn dann einen Trick, wie man das macht? Muss man den Karten mit der... Auch von so einem Fallgefühl. Die Karte muss man mit der Maus da durchschieben, irgendwie sowas? Also, kannst ruhig schon starten. Vorsicht. Wenn ich... Wenn ich die Karte klinge, dann mach einfach andere Tasks. Denn die Karte dauert bei mir ewig. Ich weiß nicht, wie man sie macht. Wenn du dich fragst, für welches T-Shirt ich heute Werbung mache, dann sage ich einfach nur 42. Denn das ist die Antwort auf alles. Und, ähm, ja. Genau so ist es. Gibt es in verschiedenen Farben. Also, ich hab echt wirklich versucht, möglichst viele verschiedene Farben zu nehmen. Aber wenn du jetzt sagst, es gibt noch eine Farbe, die ich gerne hätte, kannst du die nicht machen. Dann schreib das einmal in die Kommentare und dann schaue ich mal, dass das vielleicht auch ein 42 in der Farbe gibt, die du gerne willst. Ich wünsche jetzt Gottes Segen und, ähm, ja, wie gesagt, die Antwort auf alles ist 42. Und dann fühlt sich. Vielen Dank.